Also die Ladezeit, wenn man eine Sequenz wiederholt, beziehungsweise aus der wiederholten Sequenz wieder zurück in die Gegenwart sich begibt, die Ladezahlen sind schon echt krass. Also das ist schon nicht von schlechten Eltern. So. Ich werde auf jeden Fall das heute fertig kriegen. Das steht fest. So, Sequenz 8 haben wir auch. Ich finde das so krass wie Unausgewogen das ist. Am Anfang sind die Sequenzen noch relativ lang. So normal Länge, würde ich jetzt sagen. Werden dann kürzer. Von Mal zu Mal. Dann Sequenz 6 ist einfach nur der eine Abschnitt hier. Und 7 ist wieder so, ja wieder 3 Abschnitte. Sequenz 8 auch nur einen relevanten. Der andere, der war optional. Krass. So, ich glaube, für UKE gibt es, glaube ich, 6. Und einen werden wir noch automatisch finden. Das heißt, einen müssen wir noch so finden. Und das haben wir ja alles. Das ist alles fertig. Krasser Scheiß. Ähm. Dann. Im Pub. Äh, jo. Äh, wahrscheinlich. Ich würde jetzt gerne den Aussichtspunkt holen. Ja. Und zwar spekuliere ich jetzt darauf, dass ich jetzt den Aussichtspunkt finde, erklimme, synchronisiere, dann die Erinnerung beende. Und ist dann quasi als... Ja gut, sag mal, in-game habe ich ja sowieso keine Aussichtspunktanzeige, oder? Also wie viele ich schon habe und wie viele nicht. Und da heißt es Latt, es geht nur um die Trophäe tatsächlich. Ich hoffe nur, es gibt da jetzt keine Überschneidung. Nicht, dass ich jetzt den... ...Aussichtspunkt synchronisiere. Und die anderen sind dann nicht synchronisiert. Quasi. Also das heißt, ich quasi ab der Stelle alle nochmal neu synchronisieren müsste. Das wäre jetzt... Kann ja nicht sein eigentlich. Ich glaube, da ist Hessen-Squeed aber zu clever für. Ja, es ist tatsächlich die Pyramide. Ich habe das komplett verpeilt. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ich hatte... Ihr wisst ja noch, ganz am Anfang habe ich auch Probleme gehabt, das so zu ordnen. Welche jetzt synchronisiert sind, welche nicht. Weil ich dachte, es gibt ein anderes Symbol. Weil es ja auch von den Teilen immer ein bisschen... ...von Teilzahl verändert. Oder hatte ich beide noch nicht? Das wäre natürlich jetzt ja... Das ist meine Hoffnung, dass ich beide noch nicht hatte. Weil das wäre nämlich, wie gesagt, dumm, wenn... ...die bisher... ...synchronisiert nicht zählen würden. Hatte ich beide nicht synchronisiert? Kann nicht sein. Werden wir ja gleich sehen. Also innerhalb der nächsten Minuten werden wir das erfahren. Entweder erst mal Pling. Oder ich weiß nicht. Am Endeffekt geht es nur um die Aussichtspunkte. Die kann man ja schnell synchronisieren. Das kann ich ja off-screen machen. Das wäre nicht das Problem. Weil jetzt weiß ich auch, wo ich auf der Karte gucken muss. Und wie ich da hinkomme. Und ja. Ah, die andere Baustelle. Okay. Dann habe ich das verwechselt. Weil es gibt in irgendeinem Teil... Ich dachte, das wäre hier gewesen. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Da gibt es nämlich so eine Villa auf einer Plantage. Und das ist... Das Gebäude ist irgendwie zweistöckig. Also überhaupt nicht hoch. Und man kann einfach... Von aus synchronisieren. Was überhaupt keinen Sinn eigentlich ergibt. Okay. Gut. So viel dazu. Fernsicht. Alles klar. Dann haben wir das nämlich auch. So. Ich will nochmal ganz kurz erklären. Wir haben ja heute, wie gesagt, den 21.02. Ich habe es schon mal gesagt. Ich sage es nochmal jetzt. Nummer zur Sicherheit. Ich habe am 16.02. ja diesen Aufnahmemarathon gemacht. Mit den, glaube ich, 5 Stunden Liberation. Die anderen 3 Stunden waren ja Daymare. Solltet ihr quasi in den letzten 30 Parts... Ich spreche jetzt vor allem den Templar Assassin an. Weil er weist mich ja oft auf solche Sachen auch hin. Oder auch MacFord William. Oder auch alle anderen, die jetzt vielleicht mal zwischendurch kommentieren. Alles, was ich... Was ihr geschrieben habt. Das werde ich erst dementsprechend viel, viel später lesen. Das heißt, ich werde das Spiel jetzt gleich dann zu Ende bringen. Komplett. Und wenn ihr geschrieben... Wenn ihr euch jetzt fragen solltet. Hä? Ich habe doch damals kommentiert. Du hast die Aussichtspunkte nicht. Warum? Äh... Bist nicht darauf eingegangen? Ja, weil ich es noch nicht gelesen habe. Weil ich es erst einen Monat später... Quasi wahrscheinlich erst lesen werde oder so. Ich laufe jetzt hier gerade komplett irre durch die Gegend. Ähm, wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Also, wie gesagt, ich bin euch dankbar für eure Kommentare auf jeden Fall. Auch für die Hinweise. Nur in diesem Fall bei Liberation, weil ich jetzt so viel Zeit hatte, weil das Spiel zu kurz ist, ist es tatsächlich so, wenn ihr kommentiert haben solltet... Ich werde es erst dann lesen, wenn das Spiel vorbei ist schon. Also ich werde das schon von der Platte geschmissen haben. Ich werde es nur unter einer Voraussetzung nochmal runterladen. Für euch. Wenn ihr das möchtet. Wenn ihr wirklich sagt, ihr möchtet alle Waffen und alle Gegenstände, die man kaufen kann, sehen. Also, dass ich sie wirklich habe. Dann werde ich das Spiel nochmal runterladen und... Ich muss zugeben, zähneknirschend das machen. Also ich würde es nur für euch machen. Aber ich persönlich würde es niemals machen. Weil es... Wie gesagt, die eine Pistole kostet einfach 50.000. Und das ist einfach nur krank. Also, dafür sehe ich jetzt keine Notwendigkeit zu, die ganze Zeit die Schiffe loszuschicken. Und ja, das ist wirklich in dem Teil jetzt ziemlich unausgewogen, finde ich. Das Handelssystem gebe ich Templar Assassin recht. Macht sehr viel Spaß. Das definitiv. Aber in meinen Augen in einem zu kurzen Spiel drin. Wenn das bei Assassin's Creed 3 dabei gewesen wäre, top, wirklich. Das hätte richtig Spaß gemacht. Und 3 hat mir auch gefallen, gar keine Frage. Okay, Leute. Also, wir haben jetzt noch die beiden Sammelgegenstände. Und wir kommen aber jetzt so nicht in den Bayou. Wir kämen in den Bayou... Wenn wir... Wenn wir eine alte Mission wiederholen. Das möchte ich aber nicht. Wir probieren jetzt mal, die nächste Mission zu starten. Mal gucken, was uns... Ob wir nochmal in den Bayou können, optional. Auf der Grund der Wahrheit. Aveline, welch freudige Überraschung. Verlief deine Reise sicher? Sicherheit? Sicherheit? Ha! Das ist doch nur eine Utopie. Aveline, geht es dir gut? Du musst nicht länger die Mutter spielen, Company Man. Ich kenne nun deine wahre Identität. Oh, Aveline, sei nicht so böse. Glaubst du etwa, dass ich nicht wüsste, was du tust, wenn du des Nachts aus dem Fenster und über die Dächer kletterst? Wie du deinem Vater die zierliche Tochter vorspielst? Wie du dich ausgerechnet unter Sklaven mischst, selbst das noch? Als könntest du deine wahre Natur vor mir verbergen. Ah! Meine liebe, süße Stieftochter! Du lebst nur deshalb noch, weil ich dich brauchte. Weil ich dich immer noch brauche. Wofür? Setz dich! Flüchten! Okay, die Aveline hat jetzt Angst vor ihrer Mama. Stiefmama. Dafür ist es zu spät, meinst du nicht? Meine Männer werden dich töten. Was bleibt dann noch von deiner kleinen Bruderschaft? Lasst nur... Sieh uns an. Traurig. Wie viele Jahre arbeiteten wir zusammen für die Sklaven? Ha! Du unterdrücktest sie! Nach deinen Regeln! Du dachtest nur an deinen Profit! Du hast es beendet. So wie ich wollte. Monsieur de Ferrer jedoch hatte anderes im Sinn. Er machte meine friedliche Kolonie zu einem Zuchthaus. Du musstest ihn töten. Dafür danke ich dir. Ich glaube dir nicht. Aveline, ich liebe dich. Wie meine eigene Tochter. Ich kann keine Kinder kriegen, doch du brachtest Licht in mein Leben. Mein ganzes Leben belogst du mich! Es tut mir leid. Es war notwendig. Als Mutter musste ich dich schützen. Sieh mich nun an, im Licht der Wahrheit! Du weißt, wie es ist, ein geheimes Leben zu führen, deine Macht mit Frauenkleidern zu verhüllen, Männern gehorsam vorzugaukeln, die deine wahren Fähigkeiten nicht dulden wollen. Bin ich dir denn tatsächlich so fremd? Ich brauchte dich, um die Gewalttäter in meiner Organisation zu vernichten. Ich brauche dich noch immer. Die Assassinen dürfen dein Talent nicht vergeuden. Dafür bist du mir zu wertvoll. Als Werkzeug zur Manipulation? Ich weiß, du bist frustriert. Agathe! Ich widersetzte mich. Ansonsten wäre der Ferrer nämlich noch am Leben. Siehst du? Wir wollen dasselbe. Gemeinsam, Aveline. Bringen wir es zu Ende. Nach einer Konfrontation mit dem Company Man, niemand anderem als Madeleine de Lys, ich hoffe, es riecht ausgesprochen, ihre geliebten Stiefmutter, fühlt sich Aveline verwirrt und einsam. Sie reist in den Bayou, um Agathe eine Rat zu fragen und ihren Glauben an die Bruderschaft auf die Probe zu stellen. Agathe! Der Leling gehört zurück. Warum? Welchen Nutzen hat der alte Agathe noch für dich? Ich habe die Identität des Company Man aufgedeckt. Was? Hast du ihn nicht für Jahre getötet? Das war nicht der Company Man. Du wolltest ja nicht hören. Jetzt erkennst du den Fehler. Du trägst die Verantwortung dafür ebenso wie ich, Agathe. Ich war ein Kind, als ich mich der Bruderschaft anschloss und du mich zu Assassinen machtest. Du gabst vor, mich zu schützen, den Feind auszumerzen. Und die ganze Zeit war meine Stiefmutter, Madeleine, der Company Man. Die Boshaftigkeit liegt in der Familie. Agathe! Halt! Komm wieder zu Sinnen! Was? Keinen Schaden erhalten, willst du mich bearschen? Nein! Das kann nicht sein! Agathe! Was hast du mir angetan? Der Ordnung ist die Zukunft. Wer? Was? Okay. Boah, okay, das wird jetzt richtig lustig werden. Kein Schaden erhalten. Ach du Scheiße. Agathe! Halt! Komm wieder zu Sinnen! Nein! Das kann nicht sein! So, ihr lieben Leute, wir haben ein Problem, oder vielmehr ich habe ein Problem. Und zwar folgendes. Das Problem seht ihr hier unten rechts. Rauchbomben 2 von 7. Das Ding ist, ich will jetzt nicht verraten, wie viele unterschiedliche Gegnergruppen jetzt hier kommen werden. Das werdet ihr dann gleich hoffentlich sehen. Das Ding ist, ich kann mir keine Rauchbomben mehr kaufen. Ich kann diese Erinnerung jetzt nicht beenden und in eine vorhellige Erinnerung zurückkehren oder so, in eine freie Welt sozusagen oder nach New Orleans und zum Händler gehen und Bomben kaufen. Geht jetzt nicht mehr. Bedeutet, ich gehe jetzt komplett unvorbereitend an diese Geschichte ran. Ähm, ich bin auch wirklich überrascht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt schon kommt. Das, was jetzt kommt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich werde es irgendwie schaffen müssen. Das irgendwie werde ich es hinkriegen. Das Ding ist halt, ja, mit 7 Rauchbomben oder meinetwegen auch wenig Rauchbomben wäre das deutlich einfacher. Ähm, ja. Im Endeffekt wird das für euch jetzt hier ein Schnittgemetzel werden. Im doppelten Sinne quasi. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Ob ich dann Gegner Wellen sind Meere. So viel kann ich verraten. Ähm, so nach und nach immer wieder so zusammenschneide. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ich bin ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich habe schon sehr, sehr viele Versuche offscreen jetzt hier benötigt. Ähm, ja, ich, ich werde es, wir werden es einfach sehen. Keine Ahnung. So, die erste Gruppe war schon mal relativ human. Den ihr habt gesehen, die haben überhaupt nicht geblockt oder gekontert. So, und jetzt habe ich eine andere Gruppe. Ich kenne es gut. Aber du. So. Problem bei denen ist nämlich die Konter, nämlich wie die Großen. Und ich komme da, also ich kam da irgendwie nicht durch jetzt mit normalen Schlägen. Und auch mit Kontern kam ich auch nicht durch. Das bedeutet, ich wähle jetzt hier so eine richtig feige Methode. Die aber relativ effektiv ist. Okay, das hat nicht funktioniert, warum auch immer. Okay, den kriege ich platt. So, ja, der Makondal ist nämlich derjenige, der... Ah, das war zu langsam. Ah, ne, Makondal habe ich ja schon platt gemacht. Der ist natürlich perfekt. Ja, weil die beiden sind eigentlich kein Problem. Nur der Makondal, der kontert alles. Sehr gut. Spürst du nun dein Gewissen? So, jetzt haben wir nämlich einen Checkpoint. Sehr gut. Die Seeleute dich angriffen. Ich hätte nicht einschreiten sollen. Ich dachte, du hättest die Seele eines Krieges. Wie deine Mutter. Doch du schlägst nur nach deinem Vater. Diesem bleichen Sklaven-Treiber. Dazu hast du kein Neid. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein. So, es war jetzt deutlich einfacher als erwartet. So, schon mal ausrüsten. Schon mal hier hinrennen. So, jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Das ist nicht schnell. Das war echt nicht schnell genug. Wow, okay. Eine vergiftete Täuschung. Nicht mehr. Ja. Ja. Schnell, ja. Komm schon. Sehr geil. So, ich glaube... Ja, ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. So muss es doch nicht enden. Die Stücke der Scheibe aus Chichen Itza. Hilf mir doch. Sag mir, was sie bedeuten. So. Ich sagte, du sollst nie davon sprechen. Das Wissen wird uns alle vernichten. Und ohne es, worauf stolpern wir dann blindlings durchs Dunkel zu? Nicht darauf zu. Vorteil von. Denke nicht mehr daran. Mentor, zwing mich nicht dazu. Der Agathe, der mich trainierte, ist mutig. Und ehrlich. Ich weiß, noch lebt er in dir. Lass ihn wieder raus. Oh. Was habe ich getan? Ich hätte bei deiner Mutter bleiben sollen. Dann wärst du mein Kind gewesen. Meine Tochter. Und nicht ein solches... Monster. Geh jetzt, Agathe. Lauf. Und schwöre nie wieder zu kommen. Soll ich den langsamen Tod eines Feiglings sterben? Wie dieser Uiua? Mit dieser Schmach lebe ich nicht. Ich... Agathe! Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich befolge dir deinen Wunsch. Er ist tot. Und die Scheibe? Schwörst du die Grundsätze unseres Ordens zu befolgen und all das, wofür wir stehen? Ich schwöre. Unsere Geheimnisse zu hüten und die wahre Natur unseres Schaffens nicht preiszugeben? Ich schwöre. Und das von nun an bis in den Tod, was es auch koste? Ich schwöre. Dann heiße ich dich bei uns willkommen, Schwester. Gemeinsam läuten wir den Beginn einer neuen Welt ein. Einer Welt, in der wir mit all unserer Kraft dafür sorgen werden, dass alles den richtigen Platz findet. Meine Tochter, du bist nun eine von uns. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Herr Vater des Verstehens uns leiten. Er weig. Das war's. 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 Das war's.